Das ist das höchste Ziel des Menschen, Gott zu ehren und sich für immer an ihn zu freuen. Und das tun wir nicht, oder? Sünde ist, dass Gott nicht Gott in unserem Leben sein darf, sondern ich will Gott sein. Ich glaube ganz viele Menschen, jetzt hole ich ein bisschen aus, wir haben zu Hause einen Chihuahua. Ihr habt ja drei größere Hunde, aber wir haben einen Chihuahua, einen ganz süßen, es ist echt knuffig. Also den kannst du kuscheln und so. Aber wenn ich genug habe, dann lege ihn weg. Aber ich hole ihn mir her und dann kann man ein bisschen albern und es tut einfach gut, oder? Also so zu kuscheln mit so einem kleinen süßen Hund, aber dann lege ihn wieder weg. Gott ist nicht wie ein Chihuahua, den du dir holst, wenn es dir passt und eine Kuscheldecke ist oder was auch immer. Das ist unser Problem.